Einmal bitte ruhig stehen bleiben. Ich brauche Schärfe. Danke. Und die Kamera. Läuft! Macht mit beim PS-Profi Gewinnspiel. Das war zu überheblich. Läuft! Macht mit beim PS-Profi Gewinnspiel. Das war gut. Hathaway. Baby, don't hurt me. Aber er guckt in dem Video. Was macht man? Was macht man ein Gewinnspiel? Man ruft an. Man gewinnt! Ach so, man gewinnt. Die Scheiben vorbei. Ich fahre und sitze. In meinem eigenen Auto brauche ich immer mehr Zeit. Ich nehme auch nicht in meinem besten Auto. Du fährst einen weißen Golf, der hoch ist wie ein schlechte Legepaket. So sitzt er da so. Ja, mache ich auch. Was siehst du denn da? Im höher gelegten Golf. Guck mal, jetzt bist du so dieses Arschloch. Nee, jetzt. Nee, Jean-Pierre. Ich finde das nicht lustig. Ich hab Kinder. Ruft an unter 01379. Was? Aber China heißt ja auch, in Süddeutschland heißt es China. Da habe ich mich ja jedes Mal... Ich sage aber nur in Bayern. Und Baden-Württemberg auch. Echt? Sag auch China. China. Und Chinesen. Und Kine. Äh, Kimi. Gut, aber es heißt ja auch Pekinesen. Ja, da muss ja auch Chinesen. Ist ja wurscht. Ähm... Pekinesen wird es sonst heißen? Ja. Stimmt eigentlich. Oh, guck mal ein Pekinese. Ein Pekinese. Guck mal her, kleiner Pekinese. Die Nachrichtensprecherin sagt, verdammt noch mal China. Die sagt nicht China. Somit ist für mich die Tante bei ZDF kriegt super. Wenn die China sagt, kriegt der Backstein aus der zweiten Reihe. So, aber... 5-7-1-2. Klik. 3-2.